Willkommen in der Wir haben jetzt Wir haben jetzt Wir haben jetzt Schleibermündlich Änderungsvermögenlos Glück Ich habe mich immer nachfassen Ich habe mich vor ca. 7 Jahren Ich habe mich immer nach 20 Jahren Ich sage euch erst mal wieder Ich habe mir in der Suchbekehr habe Die waren wir dagegen Aber wir sind eine eigene Wir haben nicht überrascht Ich habe euch das schon mal 10 Kommt denn auch ein letzter Mal Genau Stimme mal Ich habe mich nicht so dran Perfekt Perfekt. Perfekt. So. Wir haben ja schon... Wir haben ja schon... Wir müssen dann wieder reinfolgen. Man kann auch beliebig hier machen. Ich kenne eine Mütze. So. Irgendwas... Jetzt passt das Phase, ja. Ah, ich weiß. Ja, die Namen. Ja. Ich bin zwar... Okay. Kann man gleich so lassen. Wie hätt's kurz. Das hat er bestimmt gehabt. Ja, das passt dafür. Genau, Paragraph. Ja, das ist nämlich wirklich drin. Warte, warte. Nee, warte, warte. Ich wollte doch vor Quark. Ja, die Augen verloren. Nee, warte. War da mal ja geabstimmt. Ich hab'n Plan. Irgendwahr... Moment. Irgendwahr in der Ruhe her, weil ich hier ne Haare hatte. Und... Wanken. Paragraph Wanken. Der Brille hat doch mal... Hat denn das Brille... Das gefällt mir. Paragraph Wanken... Müsstet welche Haare aus? Geil. Paragraph Wanken. Die Brille hat er nicht gehabt. Ah... Die... Wir haben da nicht mehr gespielt. Junge, ich bin nämlich gleich verrichtet. Paragraph Wanken. Stylish! Ja, ein bisschen breiter. Der ist ein bisschen breiter, der unser ... Kann das Dickerchen. Ich bin auch nicht grad dünn, aber okay. Ähm... Das ist ja bloß ein Schmier. Was ist denn die Zweifache? Der ist ja zu zweifach. Wir haben sogar aus der Schmier. Ähm... Ja. Umf. So, noch ein Mie. Nein, ich meine gerade, dass es Ihnen einfällt. Nein. Das sieht auch keiner aus. So wie es sich schon wieder da aussieht. So, in unserem Feld noch nichts von so viel. Wir wollten das haben. Das hier hat noch Eichloch. Wir hatten nämlich eine Art. Yeah, das ist ein Quirps, man. Perfekter Mie, Alter. Ja, aber dunkelhäutig. Ja, ja. Gut. Weißt du, wie ich kippen das hier nach? Pasta, ja. Nerd. Ich denke, ich bin nur ein Dio. Der Name passt dazu. Nerdio, mit mir. Nerdio, ist lustig. Der Oma sieht so nach, ich sage es nicht, das Wort. Ich sage es nicht, das Wort. Pasta, ja. Dio, ja. Was geht? Andern Namen. Merlin. Ja, er ist Dr. Frey. Richard. Wenn er Freilichköt, dann müsste er echt was verpasst sein. Das kam das Future-O-Demons-Bürger-Sex bei der Kirche. Was denn? Er ist fertig. Weltschlafen? Ich mag sie hier. Die Next Play. Das ist umgele Name. Den stellen wir nach. Hallo Belf, was geht? Schöner. Alles easy peasy. Neuer stellen. So Belf, haben wir. Okay. Next Play. Dann haben wir einen Weibischen. Dann haben wir einen Weibio. Stell es einfach so aus dem Himmel. Dann sehen wir mal raus. So, das ist nicht mal Weiby. Und jetzt passt er auf. Moment. Vielleicht auch noch mal so Schüsse. Das sieht geil aus. Wartet, wartet. Ich werde nicht weniger stehen. Abwarten Leute. So, jetzt mal die Haafrie zu ändern. Was hat der blöde Spadak hier jetzt wieder vor? Baublau. Das sieht blau aus. Hallo Baublau. Schöner Name. Ich bin geil. Ich bin geil. Ich bin geil. Wir müssen noch 5 Minuten. Jetzt fällt eine Warte wieder an der Weibersilber. Jetzt fällt eine Warte wieder an der Weibersilber. Das ist so weit rein aussehen. Noch mal 5 Minuten. Ja, genau. Wenn nicht, kann man das immer noch ändern. Das sieht cool aus. Ich mach bloß noch die Augen mit. Ich selber reden denn? So, und jetzt so. Ich hab mal so ein Name erlebt. Ja, genau. Kann man nicht lesen. Ich muss jetzt mal gucken. Kann man gar nicht drehen. Ja, genau. Hab ich ein paar Tage neu gestartet? Ja, gut. Wir müssen auch in den Mund nehmen. So. Oh, guter Name. Gefällt mir. Das würde so gut aussehen. Oder das? Naja. Oh, ich bin überhaupt mit der Handleiter. Oh, ich bin ohne die Nachtleiter. Oh, komm mal auf den. Falls ihr nicht wisst, wer das ist. Das wird mir auch noch nicht verwendet. Auflösung folgt jetzt. So. Ich film mal hier bei einer Stelle. Ich wies aber in jeder Kände. Aber die Frisur lass ich. Aber ich weiß nicht, ob er die Serie kennt. Der Name ist der Klügste. jetzt passt er auf Moment Farbe braun und dann mal ja nicht rote hey blau der Name heißt vielleicht könnt ihr die Farbe oragen schon nicht meiner wer kommt denn auf den Trichter so nicht Tim also wenn ihr nie mal so viel Tinaja Tinaja jetzt mal den Tine 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 Jetzt ist der Charakterzustand noch rein in die Tlocke. Einen Charakter müssen wir durchstammeln. Pass auf. Und schaffen wir noch mal eine Vorlage. Also hier sehen wir immer, dass wir mit meiner Tante im Regpaar schon Shadow drin sind. Ich bin Hank. Ich bin Hank. Ich bin Hank. Eigentlich wollte ich, ich bin hungrig. Ich schreien, pass auf. Ich bin Hank. Ich dachte. Ich bin Hank. Ich gehört nichts. Aber das sehen wir für eine alte, bei der fremsten Charakter auf dem nächsten Part. So. Die können wir noch abstellen. Dann brauchen wir noch eine Brille, Leute. Und eine Brille gehen. Und eine Brille gehen. Und eine Brille gehen. Und eine Brille gehen. Leute. Gehen wir mal in deine Erinnerung wieder nach. Yes, Alter. Wen hat die Frau? Ja, Frauenknast. Was soll das sein? Frauenknast. Kennt der Frauenknast? Da sieht Leute aus. Ja, Alter. Da kommt nicht weiter. Ja, Frauenknast. Name kommt gleich mit drin, Alter. Ah, ich bin nicht so klein. Nein. Vielleicht den witzig hätte ich mir. Ich bin so ein klassischer Let's Play. Ich freue mich. Aber freut euch drauf, liebe Leute. Jetzt gehts noch nicht. Es ist alles anders. Jetzt haben wir noch den über den nicht das andere. Aber sie gehen hinterher. Na, eh noch ein bisschen, bitte sich. Das sieht doch höher aus. Dann nennen wir den. Das? Ja. Das passt halt nicht. Dann auch schon groß und fett. Das ist perfekt. Superstrebe Eigentlich ist es Superstrebe Ja, aber Streber passen immer drin Witzname Hallo Walter Wir sind entlassen Willkommen bei Spider-Kill So So Nächsten Charakter gefällig Hiltzboom Geilster Name Der geilste Mie Neuer Schlauch Hiltzboom heißen So und jetzt sind wir noch mal Ja Wir haben immer noch Spitznamen Psychomatik Sie haben Pilzboom erstellt So mal gucken Wie viele Charakter sind wir jetzt hier Ich hoffe, warum hat er hier noch Das ist Spider-Kill Das ist Spider-Kill Das haut aber nicht Das ist Pilz würde gerne mal aus dem Heiterem Himmel erstellen Das sind jetzt auch mal ein peinliche Namen Es sind schon viele Charakters erstellt Warum nimmst du mal dieses Face Ja, es sind letztlich Jahre Ja, es gibt nicht Charakters Okay, Lars, die letzten Die konnten noch laufen noch vor Als die mich schon Fast viele Jahre Seitdem ich diese Charakters damals erstellt habe Bist du auch geil? Nein! Lass das! Bis dann! So, liebe Leute Es ist Zeit für den allerersten Die Arten wieder auf Nintendo Seit ewigen Monaten Ja, das sind die Die Arten wieder auf Nein! Dann starte die neue WI Nein! Ja, vielleicht die Die WI-Ausscham Aber die WI-Ausscham Man muss ja nicht einmal gleich eine PS5 für die Bisse haben Hier ist das Seht ihr jetzt nicht? Ähm, ja, seht ihr das Hier ist das Spiel Perfekt! So, mal bitte! Also, ihr erklärt's euch Im ersten Skin mache ich einen 10 Minuten Party-Animent doppelt Also, bis dann! Welcher anständige Mensch Jetzt kommt heute zu Tage noch Werbung Ja, das findet ihr gerne mal wissen Ja, nie! Das soll jetzt Zeitverschwendung Nehmliche Kackwerbung Ja, okay! Ja, du brauchst Gartenschutz Ich seh noch sie hin Ist das da auch noch mit der Batterien? Ja, okay! Sehr schön! Perfekt! Hab ich ja auch! So, bei der View konntest du ja auf beiden Seiten anlegen So, als hier ein Hupf! Funk Basti! Hallo! Jetzt geht das! Hey! Haben wir schon mal eine Haarfahrer? Okay, der war ein Basti! Nein! Das war doch nicht! Damals auf der View musste man nicht So groß, jetzt äh So, eine Frau Ja, fertig! Okay! Warte mal, die Brille weg! Nur noch mal einen männlichen Eil! So, muss er aus? Oh, das ist nicht Warte mal, ich muss von der Kamera gucken ob er den Kopf sieht Na dann machen wir das mal gemeinsam, liebe Bruder! So, jetzt haben wir vier lustige Scherbecken! Wir müssen sich die Feindrestierung ändern! Viel zu groß im Kopf! Na, das ist ein nächstes Fall! Im nächsten Mal, da fährt ihr mehr! Bis dann! So! Hello! Meine Lehmleute! Willkommen zu Perfi! Die selbe Musik hat, brauche ich hier meine eigene 4 still 6 Parts für das Mehrfach-Spezial! So! Wir müssen jetzt den ersten Parts weiter und die Flugscherbecken erstmal eine Norm annehmen! Danach informieren wir eine Frau auf! Nächst dann die Felserbecken! Warte mal der Empfänger! Ich hab ja vergessen, dass sie nicht mehr sie auf der PS3 ist! Ähm, Augenblick! Was machen wir jetzt? Felsblattig, du störst jetzt ein bisschen! Geht nicht die Felsblattig! Geht nicht die Felsblattig! Geht nicht die Felsblattig! Geht nicht die Felsblattig! Was ist denn da? Weißt du denn doch? Was ist denn da? Die Gerelle nur schrotte? Ehm, eine perfekte Augenlose, weil du hierherst sicher ein Liegend! Mann, das ist so! Alter, das fällt da sich so! Okay! Das passt! Das ist voll beraten! Ne, die gieße ich ja... Bis zum nächsten Mal! Ja! Oh, Wettgell! Hi! Willkommen zum nächsten Enderstellungspart! Heute fahren wir mit nach vorne! Der Mücken! Wie nervig sind und unbezieht... Oh, leckte Leute! Kann das ein bisschen dauern? Nee! Das stimmt, oder? Die sind nicht so... Aber... Aber... Weil die sind frei waren, weil ich... Ja... Sondern sich mal da, was ich nicht brauche... Wenn der Krimelstift mal nachher... Ja, toll! Das schickst du aus meiner Käse! Bin noch nicht fertig! Ein bisschen warten! Oh, geil! Da hast du das Pläst, das Kabel... Loll! 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 aber nicht verschieben aber geht nur auf der ich steile verwerfen bei den charakter machen also damals mit erster kanal eigentlich ist die früher zwischen martin bei den ersten 2013 14 wo ich das plane geübt habe ja ich sage ich mal wie ich schon damals zwischen martin was für ein name kommt würde eigentlich damals beim kanal wirklich aussehen also wirklich heißen aber nachher habe ich mich aufs weller gehören ja tante das ist eine lehrerin der name heißt ich schille der wahl kommt aber weg neuer stellen Wenn du nicht wüsst, der Petschi ist, dann kommt der Petsch auf. Das ist ja nicht so, danke. Danke, danke, danke. Ja, so sieht das aus. Oh ja, ich hab keine Hunde. Da sorge ich. Sag mich immer wieder aufschlafen, ob du wohnst. Weil das ist ja innerlich, dass ich mich am stärksten innen kann. So. Okay, ja. Das ist wirklich so eine Hundefresse, ey. Da ist es nach unten schieben. Ja, einfach geht das nicht. Schade. Nämlich Deutschland. Das passt. So. Schade, das ist nicht mein Geordiät. War witzig gewesen. Genau, das war mein klassischer... Ich sage, nein, ich mag die Augen. Wollen wir mal noch ein bisschen anders? Kannst du ein Bildschirm schon mal? Das war schon mal vor. Ja, gut. Ja, das ist mein Hauptkerl. So. Ja, da hast du schon mal weiter. Ich weiß aber, wie Sport's für mich. Es geht nicht. Yes, Alter. Ja. 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 Tatsache. So, und jetzt treibe ich. Tatsache. Ja, das machen wir jetzt. Ja, Alter. Ja, die Viererke damals. Ja. Das sieht geil aus. Das hat mir weg. So, bevor es aber los geht. Moment. Ha, 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 ha. Muss man sogar nicht zurückrufen. Gut, liebe Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Das ist meine Vorstellungsparte. Ja, Stream. Wie? Im nächsten Part werden wir ja nicht als Show machen. Na, ach, nicht. Den Mini-Charakter stellen. Bis dann. Ja, nein. Nein, nein, das lieber nicht. Wollt ihr eigentlich, dass wir nur einen Zweitplan einnennen? Ja. Ja. Vielleicht kennt ihr diesen Charakter. So. Bei diesen Namen. Okay. Patschi. Ja. Perfekt. Kennt ihr Lumpy aus MP3, Friends? So. Ja. In den beiden Kommissaren. Patschi. Ja. Das ist Lumpy. Ha, 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 ha. Juuuude. Der Charakter ist... Ja, das ist der Patschi. Ja, der kommt bei Spongebob vor. Spongebob vor. Ja, so sieht's aus. So. Also, wir gehen bei einer Version lang. Ja, der Charakter. Ressort. Ressort. Kannst du denn bei einer Version verarschen? Ja. Es ist bei der Keop, die Leute zu diesen... Du Hackface. M.A.? Einfach gibt es nicht. Schade. Nämlich Deutschland. Nein, ich nehme jetzt... Ähm... Wofür soll ich... Hör dich. Durch meine richtigen... Ja, da wir haben... So, eben schaffen. Ich habe immer die Garten geschossen. Ich habe das Verschenken aktiviert. Nein, ich bin 18. Juuuude. Nach dem nächsten Part Anfang kommst du... Habe ich auch immer... Die Stimme verfremdet, ja. So, was sagt die Uhr? Naja, mit 10 Minuten müsste ich eigentlich stehen, ja? Bis zum nächsten Part. Ich habe auch immer die Türen, ja? Oder wie sich die Uhr? Die Uhr? Ich habe nicht auch immer das, ja. Die Uhr? Untertitel. Ich habe hier. Vielen Dank.